Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge zu Fancy Flights, ne Flight of Fancy, so rum, die zwei Tauben, ich habe jetzt zwei Knöpfe noch gedrückt, wollte eigentlich nur die Aufnahme starten und auf einmal hat es gemacht, zack, dann war das Bild schon fertig, ich habe einmal noch mal hier drauf gedrückt und schon hat es gepasst, ja Hammer, so wir haben nun Reißzahn bekommen, so was haben wir noch, so, unheimlich, ok, wir haben jetzt ein Teil bekommen, das wir hier brauchen, so, nicht die, genau, die kann ich drehen, so, ich denke mal, das kommt hier durch das Zeug, so, da kann ich das wahrscheinlich da reinsetzen, dann läuft es hier, dann muss es hier rüber, die Runde, die Runde, für diese, ich habe nur die Teile anscheinend, da kommt es hoch, die Teile, ne, ja, die, noch eins, kann ich das, was er starten, und so ist die, ob das funktioniert, schwierig, einfach, schwierig, ne, schwierig, Leute, bei Tito kann ich nicht bewege und ich habe hier keine Teile mehr anscheinend, muss ich gucken, dass ich das so geregelt kriege, dann machen wir es so, das Wachstumstrank, ich kann vielleicht mit dem Horn, Horn mit wasser, so, da hier durchstieg ist, wachstumstrank, das dauert mir viel zu lange, ich sollte die Sache beschleunigen, ja, geht doch, aber hoffentlich ist kein Fleisch fressende Pflanze jetzt, Wigingerblume, geil, so, jetzt haben wir drei, haben wir eine Ameise, macht die Ameise hier was, ne, aber wir können mit dem Hammer drauf, mit dem Hammer drauf, es befindet sich ein Schloss, okay, wie Schlüssel scheint es los zu sein, kann ich nicht noch mit der Pflanze reden, das wäre jetzt so witzig, wir haben Leben gefunden, das könnte hier passen, nutze ich was, ich glaube vielleicht, ja, äh, Lili, mit Magie kann ich die Pflanze, aber warte mal, vielleicht kann ich, ne, mit Magie kann ich die Pflanzen trennen, Pflanze, warte, na, was passiert denn jetzt, der Durchgang für mich, super toll, ich finde den Hammer, der ist so witzig, der, bevor es geht weg, ich so blum, oh, was ist denn du, da fehlt mir was für rein, hierhin haben wir ein Drache, mit zwei Emblemen, das sieht ganz schön majestätisch aus, der Drache, was haben wir denn hier, ein Regal, wer ist denn da drin, wer ist denn da drin, hier, da kommen wir doch mal, Fudge, Fudge haben wir, wo so ein Anreiter anscheinend, so, so, schlauers hier, haben wir eine Fisch, frisch, der Fisch ist frisch, warte, hier und hier was zu tun, nicht hier eine Fisch vielleicht, haben wir, haben wir, einmal, wie man will spielen, ok, Fächer, Zauberer, Magie, Frosch, Harlekin, der gleiche, wo ich war, Arm ab, Joker, ja, das ist, Perche wird da, Schwert, Federkiel, Symbol, Apfel, Welpe, Erdhörnchen, ein Erdhörnchen, das sieht aus wie der Harlekin, anscheinend, Verarm, noch was, ja, da fehlen noch ein paar Teile, oh, da fehlt ja auch noch ein Teil, ne, da fehlt noch ein Stück vom Hut, anscheinend, da haben wir den Joker, der war ja einfach, so ist Magie, ah, da ist doch, jetzt haben wir den fertig, einen Fächer, äh, Fächer, 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 äh, Eischnull, oder? Erdhörnchen, meine, Erdhörnchen Wache, oder was? Gut, hier haben wir das, aber ich habe hier das Magie, Magic, aber, so ist es Schwert, ein Federkegel, ja, der Apfel, habe ich schon, er wird dran schon gesehen, eine Fächer, ja, geht doch, kann doch Magie anklicken, kommen wir gleich, der Zauberer, hier, ich bin, jetzt muss entfernt werden, ich glaube dann, brauche ich statt, ah, das Hund, eine Welpe, Symbol wollte ich doch eher, habe, so, der Zauberer ist versteckelt, aber wo, er hat eine Zauberer, diese Zeichnung ist verblasst, hab doch doch Kreide, warum, genau drauf, oder was, ja, diese Zeichnung ist verblasst, aber das kann auch, muss ich was anderes nehmen, vielleicht, weil, wie gesagt, diese Zeichnung ist verblasst, allebei, er war doch neben dran, da haben wir kaum gesehen, so, jetzt noch der Frotsch, da haben wir der Frotsch, der Frotsch habe ich schon die ganze Zeit mit dem Bild gehabt, ein Schwert, äh, wer, ein Leber, hm, so geil, natürlich, was haben wir hier, hier brauchen wir einen Fisch, uh, euer Emblem, das habe ich doch hier drauf gesehen, oder, hier kann ich mit dem, äh, nix, dem passt auf, oder, hat nicht funktioniert, hm, der Hand ist schon, kann ich mit dem Schwert, boah, also ich glaube, jeder Schmied würde mich verschlagen, wenn ich sowas mache wird, äh, äh, Taschen-Symbol, das ist das, was ich gebraucht habe, vielleicht das viel, oh, ich glaube, der hat nicht so gute Witze gehabt, sonst würde er nicht hier landen, da mag wohl jemand schlechte Witze, genau, kann ich jetzt, das, wohl jemand schlechte Witze, gut, das war jetzt Tasche-Emblem, das kann man auf tun, ein Symbol, was haben wir hier, Fische, gut, das Symbol kann man, äh, doch, doch, auch, schützte Fische, nö, gut, wo die Karte, was er sagt, also hier haben wir alles gemacht, jetzt können wir nur noch hier hin, was, wo brauchen wir das, wird nicht passen, ah, stopp, da ist doch ein Emblem, Tag, okay, da haben wir noch ein Symbol gekriegt, und einen Griff, den Griff, da kann ich mir vorstellen, kommt bestimmt da rein, wow, statt Check in the box, Drache in the box, aber der Drache brauchen wir hier, ne, stopp, 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 das war zu schnell, Drache brauchen wir hier, einmal Drache, Drache erwache, da drauf, da haben wir schon eine zweite Drache, zack, so, auch das sieht immer schön aus, ah, guck mal, hier haben wir auch wieder, jedes Haus sollte Türen haben, okay, wo ist hier noch eine Tür dran, hier in der Eule, diese Eule scheint wegen irgendetwas zu sein, noch, wo ist das, hier, noch brauchen wir das Seepfäde, anscheinend, ach, guck mal, da haben wir noch was, Alter, das sieht ja noch seltsam aus, so, wenn haben wir dann hier, obwohl er überall Chaos verbreitet, kann niemand diesen bescheidenen Betrüger lange böse sein, ah, oh, das arme Eichhanger, da kann ich nichts mit machen, das müsste ich wahrscheinlich entsteigen, oder was, wo komme ich hier hin, also bin ich hier jetzt reingekommen, sehr seltsam, da komme ich durch, das da oben sieht noch ein Wimmelbildspiel aus, ja, ein Wimmelbildspiel, oh, bist du niedlich, so, da fangen wir mal ganz einfach an, Tintenfass, Schmetterling, Kamm, Lebelle, Kerzenleuchte, Fernglas, Tasse, Glocke, Portrait, Bonbon, Vogel, Buchstabe A, gut, also, fangen wir an, wir haben, als erstes ist es Tintenfass, Tintenfass, Tintenfass habe ich hier unten, ein Schmetterling, 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 Brauchen wir nicht, Schmetterling, Hallo, möchtest du spielen, mit was, gut, hm, 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 ah, du ist der A, Fugel, 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 Tasse, Glocke, Tasse, Glocke, ein Portrait, das muss zusammengesetzt werden, hundertprozentig, Mederling, Kamm, kann ich auch noch, das, das, Portrait, hm, ne, 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 Kamm, komm, komm, nach, weiß, ach, schau, so ist das Schmetterling, ah, okay, ich wollte eine hintere, aber der vordere hat nicht gebraucht, gut, wie immer, so, wo haben wir aber, kam, das ist auch sehr seltsam, riesen Mund drin, hm, gut, gut, dann machen wir weiter, äh, Tasse, voll voll schluss, äh, Herzenleuchte, Ei, 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 wo ist es dann, Vogeltasse, Fernglas, Libelle, Kamm, Kerzenleuchter, Bonbon, ich finde, zwei, ah, ok, äh, Werde Licht, äh, bitteschön, Kerzenleuchter, ah, Kerze, ich hab am Nähzeug dabei, ah, das Schade ist halt, so, kam ein Bonbon-Baume noch um die Tasse, hm, wo ist das alles, wo ist die Tasse, da ist die Lupe, da ist die Lupe, so ist ein Bonbon, dann müssen wir noch einen Kamm suchen, das äh, äh, normalerweise sieht die aus wie ein Normalitas eigentlich in der Spiele, aber, abababab, eh, so, jetzt brauchen wir nur noch den Kamm, da ich hier so nichts machen kann, hier irgendwas denn, der Kamm, der Kamm, das Lamm, das Lamm, Uhrz, er, ne, das war's, ach ne, ich spielte keinen so Jubel spielen, ist zwar auch nett aber lieber wimmelbild spiel immer den so lang auch noch fügel wo ist der fügel habe ich schon gesehen ob ja da ist der fügel doch machen alles eine tinte fast bekommen kann man hier haben wir erst mal seepferd und ich glaube dass hier der natürlich ohne angel lässt sich ja klar ohne angel geht schlecht einmal hier neue figur der sieht aber böswillig aus wo ist er dann da ist er er war einst der beste ridder des landes aber seine ruhm verschwand zusammen mit den letzten drachen letzter verbringte seine tage damit sich im königreich weinkeller zu verbringten was weinkeller zu verbringten also ist er praktisch um riesenheld zum säufer eine etzbeere und die kann ich ja das soll wieder drin was haben wir hier ein brett allebei überschlagen sich die gegenstände er brauche bäumchen und dann gehen wir noch mal zurück jetzt kann ich schon nicht viel helfe gut aber ich kann jetzt hier mit dem seepferd dann rein der gut führen jetzt noch am leben scheint mal Ah ja. Da haben wir schon mal Schlüsselchen. Wir kriegen bestimmt auch noch auf. Strohhalm. Da fehlt auch noch ein Stück. Da ist noch was im Bett. Da ist noch was. Da ist Bäumchen, wo ich baue. Es fehlt ein Teil dieses Gemäldes. Hier muss er Phönix oder irgendwas. Ah, da. Eine Ölkante. Da steht noch ein Emblem drin. Okay, mit dem Bäumchen. So traurig. Jetzt Bäer. So, also das Bäumchen können wir hier dran tun. Jetzt geht die Tür auch noch auf oder was? Ach, was haben wir dann? Kronen Liberian oder was? Ja, alle kommen die Typen nur so reingeflogen. Wer ist dann das? Da einen langen, legendären Ritter. Viele bescheidene. Als sie aus der Öffentlichkeit fern. Nachdem die Drachen verschwunden sind. Niemand wusste, was aus ihm geworden ist bis jetzt. Ja, so brauchst du Drachejäger. Aber viele fehlen uns auch nicht mehr. Guck mal, da ist der Phönix, wo ich brauche. Okay. Wenn ich schon mal da hinstelle. Haben wir noch was anderes? Nö. Ah, hier brauche ich die Ameise endlich. So, bringe die Ameise zum Loch. Wähle die Ameise aus und du bewegst sie mit Hilfe der Pfeile. Die Ameise bewegt sich so lange geradeaus, bis sie auf ein Hindernis stoßt. Ich praktisch wäre so. So kann sie nicht rin. Weil sonst gut raus. Und schon verkackt. So, ab nach Hause. Ein Blatt. Naja, der ist noch eine Ameise suche. Oh. Da steht, da taucht er bestimmt bald auf. Ist das? Diese arme Schnecke ist so nackt. Sackt. Sackt. Hm? Ah ja, klar. Er muss ja auf tauren. So. Okay. Auch nicht schlecht. So. Äh. Woher? Jetzt falle ich bestimmt gleich folge software rum. Was? Das. 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 Okay. Ja, der passt. Leinwand. Was. Hier. Und das ist etwas wichtiges. Schlüssel. Ah ja. Hyda. Hyda. So, hier habe ich heute den phoenix. Fluftsymbol, ein fluftsymbol. ok jetzt muss ich doch stück für stück machen ein liebespfeil jetzt habe ich ein mutter mutter die luft symbol das ist immer noch betrüppelt aus so fehlt mir noch ein stück von der ange okay nehmen wir erst mal wieder dazu dann fehlt der stück mutter ach komm ich kann es ein schein ich weiß es wäre schade um das arme vierte ich mag sie sind so witzig jetzt formiert als was falle eine nuss auf studien diese eule scheint wegen irgendwas stützt zu sein da kommen wir auf der karte was wir müssen doch mal zurück ins verliebe jetzt wäre die gefangen wurden nicht lange hier gehalten irgendwo fehlt mir noch ein bisschen was so läuft der käfer rum und mit dem kann ich nicht anfangen hier noch irgendwas was wir sehen hatten hier muss noch irgendwas drin ich glaube ich habe mir hier noch das eine angel geil und parkament jetzt brauche ich die angel für hier eine schneeflocke hier hin da rein und jetzt bauen wir uns ein sonnensymbol so aber in diesem sinne bedanke ich mich wieder bei euch auch wenn die folge wie es länger geworden ist weil ich einfach wieder auf die uhr geguckt habe ja haut rein genießt den tag und tschuuuus so 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 Vielen Dank.